Willkommen zum Podcast des Coaching-Centers Ruhr in Essen. Interview mit einem Coach. Jens Heidenreich spricht in dieser Ausgabe mit Harry Mark über Zen-Meditation. Harry Mark, himaniger Börsenmatler. Und die machen meditatives Bogenschießen im Sinne von Zen. Also Z-E-N geschrieben. Erste Frage ist natürlich, was genau verbirgt sich dahinter? Zen und das meditative Bogenschießen sind eine Kunst auf die Konzentration, auf das, was ich im Augenblick tue und gleichzeitig das Loslassen von dem, was ich im Moment nicht brauche. Klingt sehr philosophisch, vielleicht schon ein bisschen esoterisch. Aber wofür ist das hilfreich? Also wofür brauche ich das? Der Name esoterisch ist sicherlich zu einem gewissen Sinn mit der Verbindung angebracht. Jedoch darf ich dazu sagen, dass Zen mit esoterisch nichts zu tun hat und Meditation im entferntesten Sinne vielleicht mit esoterisch zu tun hat. Meditation, die Konzentration auf das, was ich im Augenblick tue und das Loslassen beim Bogenschießen sehr, sehr prominent. Wenn ich die Sehne loslasse, dann wird der Pfeil das Ziel erreichen. Wenn nicht, dann bleibe ich verhaftet in der Vergangenheit. So was in der Richtung wie autogenes Training als klassische Entspannungstechnik oder was im Yoga so ein bisschen mitklingt? Oder ist es wirklich etwas ganz anderes? Das meditative Bogenschießen im Sinne von Zen ist zum gewissen Teil mit Yoga. Yoga ist ja auch eine Form der Meditation, eine Bewegungsform der Meditation. Und das autogene Training als solches vielleicht nicht so angebracht als Vergleich im meditative Bogenschießen im Sinne von Zen. Das Ganze beruht sich darauf, dass wir als erstes einmal loslassen von der Erwartung, dass ich die Scheibe treffen muss. Weitergesagt im unternehmerischen Bereich, vielleicht auch im privaten Bereich, das Loslassen von dem, was ich nicht mehr brauche im Moment. Aber gleichzeitig die Gestaltung meines Lebens. Und bei Zen heißt es ja immer wieder das Hier und Jetzt. Also das Jetzt im Sinne von die Millisekunde, die jetzt gerade passiert. Ja, das Hier und Jetzt ist der Moment, in dem wir unsere Zukunft gestalten können. Das klingt ein bisschen im Widerspruch zu allgemein verbreiteten. Ich muss doch planen, ich muss doch überlegen, was ich tun werde, um irgendwo hinzukommen. Ja, ein oft missverstandenes Problem im Zen oder in der Meditation, wo der eine oder andere Gedankengang doch meint, man setzt sich hin, denkt an nichts und lässt alles auf sich zukommen. Hm, das ist natürlich nicht der Fall. Die Tatsache ist, dass Zen verlangt, von jedem ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Um das zu erreichen, brauche ich Ziele. Und Ziele sind so ungefähr das Wichtigste, das wir Menschen in unserem Leben haben können. Haben wir kein Ziel, dann werden wir wie Treibgut auf dem Meer, das irgendwo hintreibt, nirgendwo ankommt. Wenn ich kein Ziel habe, dann machen andere Menschen mir vor, wo mein Ziel liegt und bestimmen, was ich tun soll. Also das Ziel ist wichtig als Orientierungsmarke. Ja, ein Ziel zu haben ist, wie ein Kapitän, der einen Hafen hat, er weiß, welchen Hafen er anläuft. Ein Ziel zu haben ist auch, glaube ich, damit verbunden, dass es den Menschen Freude bereitet. Ja, ein Ziel, was total negativ besetzt ist, das mag ich nicht ansteuern wollen. Ja, wenn ich mir ein Ziel setze, ein Projekt, muss ich mal sagen, dass ich in der Lage bin, tatsächlich dieses zu erreichen. Also ich bin kompetent genug dafür. Ja, die Voraussetzung ist natürlich, dass ich das Fachwissen habe, das ist schon wichtig. Ich zum Beispiel spiele nicht Klavier, es wäre eher unseriös zu denken, dass ich in zwei Jahren auf der Bühne sitze als Klaviervirtuose, speziell wenn ich gar nicht übe. Deswegen, die fachliche Voraussetzung ist natürlich außerordentlich notwendig. Aber gleichzeitig auch, wie gesagt, diese Möglichkeit, mir Ziele zu setzen, die mir Freude machen. Ich glaube, die Arbeit an sich selbst, die unerlässlich ist, die bringt ja auch diese Freude mit sich. Anstatt alltäglich das zu tun, was ich immer getan habe, und hier zitiere ich gerne Einstein, da ich selbst Mathematik studiert habe, für den Kapitalmarkt, und Einstein bewundert habe. Und er hat unter anderem geschrieben, der reinste Wahnsinn im Leben eines Menschen ist es, jeden Tag das Gleiche zu tun, nur am nächsten Tag etwas anderes zu erwarten. Zen, in der reinsten Form. Okay, die Arbeit an sich heißt ja, ich entwickle mich, ich verändere irgendwie, peu a peu irgendwas, oder so wie Gerald Hüther da, der europäische Wissenschaftler sagte, die erste Erfahrung ist Wachstum, die ein Mensch macht. Ich wachse irgendeine Art und Weise. Ich gehe ja fest davon aus, dass das Wachstum, das wir alle als Menschen erfahren, eine wirklich unglaublich wichtige Sache in unserem Leben ist. Stillstand ist tödlich, also für jeden, sei es im Privatleben oder sei es im geschäftlichen Bereich. Wachstum, das macht unser Leben aus. Wachstum ist das, was uns nach vorne bringt. Und das Wachsen innerhalb des Menschen selbst, wie alles, es wird Schritt für Schritt herbeigeführt. Und dementsprechend auch diese Zuversicht, dass ich wachse, die Zuversicht, dass ich etwas erreiche, das ist all Teil unseres Lebens. Und umso weniger ich mich dorthin begebe, was meist in der Umwelt ist, nämlich Zweifel, Gedanken schaffe ich das überhaupt, und umso schneller erfahre ich Wachstum. Wachstum im Sinne, dass es mir gut geht. Oder dem Unternehmen auch gut geht. Also die Frage, ja, was ist ja schön, wenn das persönliche Wachstum oder Entwicklung stattfindet, was hat das Unternehmen das an oder eine Unternehmung im weiteren Sinne? Also bei Unternehmen ist es ja so, dass der Großteil der Menschen, die in irgendeinem Unternehmen, egal welchem Unternehmen tätig sind, ja oft sehr, wie soll man sagen, fast negative Einstörungen haben. Nicht alle. So nach dem Motto, das Einzige, was uns stört, ist der Kunde zum Beispiel? Unter anderem, der Kunde kann sehr störend sein. Das andere ist natürlich, ich weiß ganz genau, wenn ich jeden Tag zugegen bin, dann bekomme ich am Ende des Monats einen Gehaltscheck. Zugegen sein heißt nicht, dass ich kreativ im Unternehmen bin, dass ich etwas für das Unternehmen tue. Und da kommt eben diese Gestaltung rein. Zu wissen, dass jeder im Unternehmen der wichtigste Mensch ist. Und diese Position, die man innehält im Unternehmen, so voll wie möglich auszufüllen, das Wachstum in diesem Sinne für sich selbst zu generieren und im weiteren Sinne für das Unternehmen zu generieren, das gelingt nur, wenn ich die Einstellung habe, ich bin wichtig in diesem Leben, ich bin wichtig in diesem Unternehmen. Und die herausergebenden Aufgaben oder Handlungen passieren im Hier und Jetzt. Nicht, ich plane für in den nächsten fünf Stunden irgendwas Spezielles zu tun. Ja, also das Hier und Jetzt ist ja wirklich der Moment, wo wir was tun können. Genau zu sagen, keiner von uns weiß, ob wir morgen noch am Leben sind. Fertig. Mit keiner zu zuverlässigen Gewissheit. Nein, nein, da ist noch nichts, glaube ich, zugegen, dass man das garantiert. Und außerdem, warum soll ich etwas auf morgen verschieben, wenn es jetzt erledigt werden soll? Dieses Hier und Jetzt, dieser wichtige Moment in unserem Leben, in dem wir wirklich unsere Zukunft gestalten können, den sollten wir wirklich alle wahrnehmen. Diese Wahrnehmung bedeutet, im unternehmerischen Bereich das zu tun, was jetzt anfällt und nur das. Nicht an etwas anderes zu denken und auch im privaten Bereich das zu tun, was jetzt anfällt. Wenn wir zusammen sind mit unseren Liebsten, dann sind das jene Menschen, die im Moment das Wichtigste sind. Es gibt nichts anderes. Dem Moment, wo ich abschweife, ob das jetzt Fußball ist oder Eishockey oder Freunde oder was, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, dann gehört meine Aufmerksamkeit meiner Familie. Und dementsprechend, das Hier und Jetzt ist für alle Teile unseres Lebens das Wichtigste, das es gibt. Im Hier und Jetzt zu leben, das zu tun, was wichtig ist, unternehmerisch oder privat, das bringt uns enorme Vorteile, weil wir jenen einen Schritt voraus sind, die sagen, ach, da ist er noch morgen. Nur aus dem Sinn wissen wir, morgen kommt nie. Das Morgen gibt es nicht. Morgen ist eine Fiktion. Morgen ist eine Fiktion. Das Morgen gibt es nicht. Und 24 Stunden von jetzt ist es heute. Es ist die Frage dann, wenn das Hier und Jetzt das Entscheidende ist und ich habe ein Ziel vorgestellt, definiert und vielleicht auch ein paar kleine Schritte, was passieren muss oder woran ich erkenne, dass ich öffentlichen Weg bin. Das Wissen allein, wie ich es machen könnte, hilft mir jetzt noch nicht. Wie bringe ich diese Erkenntnis in mein Leben? Also die Erkenntnis in mein Leben zu bringen, dass ich dieses Projekt, das immer sein mag, erfolgreich beenden werde, das Fachwissen vorausgesetzt, das hatten wir schon gesagt, das ist zum Beispiel diese Erstellung des Plans für das Projekt im Jetzt und dementsprechend auch alle Schritte zur Verfügung zu stellen, also ein Zieltrajektor, wo ich weiß ganz genau, in einem Monat das, im zweiten jenes, im dritten jenes und so weiter, bis immer, wann immer mein Projekt zu Ende ist, in sechs, zwölf Monaten, habe ich alle Schritte jetzt schon erstellt und weiß nicht genau, was kommt. Hier kommt der Punkt, der eben wiederum aus der Meditation das Loslassen von dem, was ich jetzt nicht brauche, ganz wichtig ist und das ist, mich nicht darum zu sorgen, ob Schritt drei oder sechs, also das dritte Monat und sechste Monat, ob ich das schaffe. Diese Variante ist nur Zweifel und wenn ich zweifle, dann suggeriere ich meinem Hirn, da könnte es Probleme geben und wir alle erkennen die Self-Fulfilling Prophecy, es wird Probleme geben und das sind diese Aspekte aus der Meditation, wie gesagt, das Loslassen, das im Hier und Jetzt Leben, denn das Hier und Jetzt findet immer wieder statt. 24 Stunden von jetzt, fünf Minuten von jetzt ist es das Hier und Jetzt und immer in diesem Hier und Jetzt kann ich das machen, was jetzt anfällt. Also nicht mich jetzt hinzusetzen, um darüber nachzudenken, zu grübeln, möglicherweise sogar mit Angst zu befallen zu sein, ob ich das in drei Monaten, was dort ansteht, schaffe. Und das ist eben der Punkt, wo Meditation, wenn man sie regelmäßig übt, helfen kann, das Ganze abzuschaffen, diese Unsicherheit in sich selbst zur Seite zu legen und zu sagen, mein Projekt steht zum Beispiel in zwölf Monaten. Fertig. Punkt. und diese Funktion des Bogenschießens in dieser ganzen Übung der Meditation oder der Übung des Erlernens der Meditation ist ein Hilfsmittel, um die Meditation an sich erst mal zu erlernen oder dieses Getöse abzuschalten und in dieses auf Hier und Jetzt zu fokussieren, sich einzustimmen oder leichter zu machen? Ja, also das meditative Bogenschießenden ist wirklich der Bogen selbst ist ein wunderbares Instrument, um den Menschen als erstes Mal von seiner alltäglichen Gedankenwelt wegzubringen. Also, wie ich es so gerne nenne, diese rasende Horde von Affen, die durch das Gehirn turmt und immer wieder unheimlichen Lärm macht. Der Bogen ist ein wunderbares Instrument, um das wenigstens mal für einen gewissen Zeitraum, solange man übt, abzuschalten. Es gibt einfach zu viel zu tun mit der Zen-Aten-Übung, die dort eingefügt wird in das Bogenschießen. Der Mensch kann immer nur einen Gedanken fassen und weil er ja jetzt unter anderem auch versucht, die Scheibe dort zu treffen, wird er von seinen alltägigen Gedanken für diesen Zeitraum nicht mehr gefallen. Er beginnt, sich mit dem Bogen zu befassen, er beginnt, sich mit einer rhythmischen Atem zu befassen und sein kleines Ego oder großes Ego sagt, die Scheibe da, die werde ich treffen oder die muss ich treffen. Und in diesem Moment, wo das alles geschieht, verschwindet die Herde von diesen tausenden Affen in den Hintergrund und unser Hirn beginnt sich zu regenerieren. Wenn wir diesen Moment erschaffen für uns selbst, dass wir von den alltäglichen Gedanken, den alten eingefahrenen neuralen Bahnen wegkommen, das und das ausschließlich, nicht ausschließlich, wenn wir eine ruhige Nacht haben auch, aber mehr oder weniger in dieser Form der Meditation, das ist der Moment, wo unser Hirn sich regenerieren kann. Das ist der Moment, wo Kreativität aus dem Menschen hervorkommt. Solange wir hunderte tosende Affen in unserem Hirn haben, die hin und herrasen, werden wir keinen kreativen Gedanken fassen können, möglicherweise auch gar nicht einen normalen, effizienten Gedanken, der uns heute in unseren beruflichen Wegen weiterhilft. Also Bogenschießen fesselt den Menschen in so einer Form, dass er für den Zeitraum, in dem er übt, alles andere vergisst. Meditation, die Konzentration auf das, was ich im Moment tue. Danke Ihnen. Jens Heidenreich sprach mit Harry Mark über Zen-Meditation. Dieser Podcast wurde erstellt vom Coaching Center Ruhr in Essen. Internet www.coachingcenterruhr.de E-Mail kontakt at ccruhr.de www.coachingcenterruhr.de www.coachingcenterruhr.de